Liebe Bottensteinerinnen, Pfarrerfelderinnen, liebe Mitbürger, vor allem liebe alle, die dieses Video sehen. Wir leben in einer sehr krisengebeutelten Zeit. Die Corona-Pandemie als größte Gesundheitskrise hat uns immer noch im Griff. Wir spüren die Folgen des Ukraine-Krieges, eine Teuerungswelle, die uns überrollt, aber vor allem die Energiekosten sind es, die uns massiv Kopfzerbrechen bereiten. Wir haben Teuerung in wirklich sehr vielen Bereichen und die Bundesregierung, aber auch das Land Niederösterreich hat einige Fördermöglichkeiten auf den Weg gebracht, die aber leider nicht sehr bekannt sind. Es ist sehr viel in den Medien, worüber berichtet wird, aber ich glaube den Menschen ist nicht klar, wo sie überall Zuschüsse beantragen können, beziehungsweise viele Zuschüsse werden auch automatisch ausbezahlt, aber ich möchte Ihnen trotzdem einen kurzen Überblick geben, was seitens des Bundes und seitens des Landes hier zur Abfederung getan wird. Es gibt vom einen vom Bund den Energiekostenausgleich, das ist Ihnen bereits im Mai per Post zugegangen, das ist eine Einmalzahlung pro Haushalt in der Höhe von 150 Euro, da ist nichts weiter zu tun, als dieses Formular auszufüllen und mit einem vorfrankierten Kuvert zurückzusenden. Wenn Sie diesen Gutschein nicht erhalten haben, dann können Sie sich jederzeit bei der Energiekostenausgleich-Hotline melden. Sie können aber auch jederzeit aufs Gemeindeamt kommen und wir unterstützen Sie da sehr gerne dabei. Vom Bund gibt es weiter den Klimabonus, den bekommt nicht jeder Haushalt, sondern jede Person. wird automatisch im Oktober 2022 ausbezahlt. Der beträgt 500 Euro pro Person, beziehungsweise 250 Euro für Kinder, beziehungsweise Jugendliche bis 18 Jahre. Wie funktioniert da die Auszahlung? Also es ist keine Antragstellung notwendig. Personen, die den Steuerausgleich über FinanzOnline machen, bekommen diesen automatisch ausbezahlt. Und alle anderen Personen bekommen einen RSA-Brief, ich nehme an, auch mit Oktober, wo dann die Information über die Auszahlung drinnen steht. Dann gibt es auch vom Bund den Teuerungsbonus. Der wird ebenfalls im Oktober ausbezahlt. Der beträgt 250 Euro, ist auch pro Person und nicht pro Haushalt, beziehungsweise 125 Euro für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Die Auszahlung erfolgt ebenso wie beim Klimabonus. Zusätzlich für Bezieherinnen von Ausgleichszulage, also Mindestpensionisten, Bezieherinnen von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Sozialhilfe und ähnlichen Leistungen, bekommen den Teuerungsausgleich in der Höhe von 300 Euro. Der wird auch, der wird im September ausbezahlt bei der Auszahlung der üblichen Leistung. Also entweder mit der Pension, oder wenn das Arbeitslosengeld ausbezahlt wird, werden auch diese 300 Euro zusätzlich mit ausbezahlt. Das Land Niederösterreich unterstützt ebenfalls, da wurde dieser blau-gelbe Strompreisrabatt kreiert. Da ist nicht ganz klar, wie viel jeder bekommt. Voraussetzung, die einzige Voraussetzung ist, dass Sie mit 1. Juli 2022 in Niederösterreich Hauptwohnsitz gemeldet waren. Gefördert werden natürlich je nach Anzahl der Bewohner pro Haushalt und auch des Verbrauchs, der benötigt wird, ungefähr zwischen 150 und 500 Euro pro Haushalt. Die nächste Förderung ist die EVN-Rabattaktion, betrifft natürlich nur Kunden der EVN. Die EVN gewährt, wenn Sie den Optima-Tarif haben, bis zu 17 Prozent auf Ihre Jahresrechnung. Kunden, die einen anderen Tarif haben, z.B. den Flex- oder Garant-Tarif, die bekommen diese Förderung nicht, aber die profitieren sowieso, weil sie eine Preisgarantie haben und die Steigerung nicht spüren werden. Sie werden vermutlich nicht wissen, welchen Tarif Sie haben, Sie können diese Förderung dennoch beantragen, weil Sie sehen dann bei der Förderbeantragung, ob Sie förderwürdig sind oder nicht. Also, ich habe versucht, alle Fördermöglichkeiten Ihnen nun mitzuteilen und darzulegen. Es ist, wie Sie sehen, ein sehr komplexes Thema. Vor allem diese ganzen Fördermöglichkeiten, wenn sie nicht automatisch funktionieren über Steuerausgleich oder dann eben RSA-Mitteilung, sind online durchzuführen. Und ich kann Sie nur ersuchen, wenn Sie Schwierigkeiten haben bei der Beantragung oder irgendwo Hilfe oder Unterstützung benötigen, dann bitte kommen Sie zu uns aufs Gemeindeamt in unser Bürgerbüro. Die Kolleginnen oder auch ich helfen Ihnen da wirklich sehr gerne weiter. Ja, abschließend, Energiesparen, wo es geht, ist, glaube ich, die effizienteste Möglichkeit, um auch Geld zu sparen. Ich werde Ihnen keine großen Spartipps geben, ich glaube, jeder weiß, wo er in seinem Bereich etwas tun kann. Wir als Gemeinde wissen, wo wir etwas tun können. Wir haben das Glück, dass wir heuer die gesamte Straßenbeleuchtung bereits auf LED umgestellt haben. Das ist natürlich eine enorme Energieeinsparung. Es wird auch der Sportplatz, die Flutlichtanlage demnächst auf LED umgestellt. Und überall dort, wo wir Verantwortung tragen, auch zum Beispiel bei der Weihnachtsbeleuchtung, Potenziale ausschöpfen. Ich hoffe, dass ich Ihnen einen kleinen Überblick über die Fördermöglichkeiten geben konnte. Und ich darf Sie wirklich ersuchen, wenn Sie Unterstützung brauchen oder wenn es irgendetwas gibt, wo wir Ihnen zur Seite stehen können, dann wenden Sie sich bitte jederzeit an mich oder an die Mitarbeiterinnen des Gemeindeamtes. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.